Was auch kommt, wir sind stark. Was mag eure Vorsehung sein, sagt mir. Wie sind die Verbündeten aus eurer Welt in die Fänge des Schlunds geraten? Sylvanas Windläufer hat ihre Agenten ausgesandt, sie zu entführen. Sie sind dunkle, geflügelte Kreaturen, die sie in Ketten legten und durch den zerrissenen Himmel zerrten. Die geflügelten Kyrianer der Bastion geleiten Seelen aus dem Reich der Lebenden in die Schattenlande, aber nicht in Ketten. Und sie sind edel, vom Makel des Schlunds unbefleckt. In der Tat. Aber das ist der einzige Hinweis, dem der Sterbliche folgen kann. Es ist an uns, den Weg zu öffnen. Gut. Aufseher Kascher, bringt diesen Sterblichen zum Ring der Übertragung. Benutzt unsere Anima-Reserve, einen Weg zur Bastion zu öffnen. Aber geehrte Stimme, wir haben so wenig Anima übrig. Sicherlich sollten wir lieber... Kümmert euch darum, Kascher. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Willkommen in Oros. Der Vorsehung muss gefolgt werden. Kommt, ich zeige euch den Weg. Wie weiß ich, was das ist. Wie weiß ich die Justice gibt? Ihr, dieser Teleporter, wird euch zum Ring der Übertragung zurückbringen. Ich wurde angewiesen, euch zu helfen. Ich wurde angewiesen, euch zu helfen.